Hallo, heute geht es um ein Thema, das für alle wichtig ist, die mit Stimme zu tun haben, sei es im Sprechen oder im Singen, aber auch ganz empfehlenswert für alle anderen Menschen zur Entspannung und zwar geht es um die Entspannung von Kinn, Kiefer, Hals, Nacken. Da gibt es eine ganz gute Hilfsvorstellung, so wie man ja bei allem mit Stimme viel mit Vorstellungen arbeitet, weil man sie auch von außen nicht sehen kann. Die Vorstellung ist, dein Kopf ist eine Boje, die auf dem Wasser so ganz sanft und leicht hin und her geschuckelt wird. Im besten Fall hängt dein Kinn ganz passiv einfach dran. ить